Ich guck mir irgendwie Spanisch vor. Nur springen! Ich erklär das bei der Versicherung. Okay, wir warten einfach mal hier. Da fährt ein Cromwell auf 12 Uhr. Schön in die Seite bitte. Hinten. Damit der Motor raus ist. Feuer frei. Jawoll! Super Schuss, Motor raus. Ich seh ihn nicht mehr. Das ist kein Problem, lass ihn rollen, der kann gleich nicht mehr fahren. Und dann schießen wir durch den Busch. Ich seh die Antenne noch. Treffer, jetzt brennt er, jetzt siehst du die Flammen. Darauf schießen. Du siehst doch die Antenne. Fahrer zehn Meter vor, bitte. Ich muss im nächsten Busch rein, hier seh ich nix. Ja, ja, ja. Stopp, stopp, reicht, reicht, stopp. Ja, das passt. Schön, bisschen weiter unten. Bisschen tiefer. Genau, das war oben quasi am Gehäuse. Jo, das war's. Nee, noch nicht, der lebt noch. Sicher? Ja, der lebt noch. Der sucht noch, der Turm bewegt sich. Einfach genau an dieselben Stelle. Hä? Das war zu hoch. Bisschen tiefer. Ich hab auch gar nichts verändert. Das kann schlecht, der Rückschuss. Jetzt, das war's. Jo, schön. Gut, dann zurück. Aber APCR leiten nur noch einen Schuss. Das geht aber schnell hier. Wir gehen neu holen, das geht schnell. Und dann um die Häuser rum. Das ist hier nicht weit. Das wird gleich wild. Der müsste rechts hinter den Häusern stehen. Gleiche hart. Genau, direkt rechts auf der Straße. Fahr mal hier langsam vor. Und dann Turm auf zwölf. Zehn, 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 zehn. Okay, du dirigierst drauf zu. Der zieht zurück, der zieht zurück. Dann hier die Lücke, dann dort halt. Genau, der kommt da gleich zu fahren. Oh scheiß, weiterfahren. Links am Firefly vorbei. Oh, links, in die Seite. Auf den Stern des Fireflies. Kannste halt. Okay, der AP. Der AP trifft sich gut. APC laden. Und den Stankern verfolgen. Ist schon tot. Ja, genau. Weiterfahren, weiterfahren. Wir jagen schon. Das soll gesetzt. Find ich schon mal gut. Ja, also wir haben wir vielenfalls. Firefly vor uns, glaub ich, startet gerade. Ja, der kommt jetzt hier gleich. Äh, Cromwell ist es. Fahr mal langsam vor. Turm auf elf, bitte. Elf Uhr. Langsam vorfahren. Wir werden Cromwell gleich sehen. Oh, wir haben, hat's halt. Kommande zurück. Wir haben ein Stankout an der Backe. APC laden. Turm auf. Kurz vor elf. Der fährt da links. Okay. Warte. Liegt der ab? Ne. Setz mal zurück, bitte. Turm auf elf. Auf die Straße, die da rauskommt. Du kannst wieder APCR laden. Wir scheinen doch den Cromwell an die Backe zu kriegen, als erstes. Und ein Firefly. Wir setzen zurück. Einfach mit mir jetzt die Straße runter. Wir können uns nämlich nur maximal von allem beschießen lassen. Schön mit APCR. Dass wir links jetzt durch die Lücke durchhocken können. Oh. Weiter, weiter zurück, weiter zurück. Einfach zurücksetzen. Einfach rausziehen. Was geschossen hat, ist noch ein Schirm. Wir haben jetzt hier vier Feindwasser. Das sind... Oh. Hier. Halt. Und dann können wir gleich durch die Lücke links raus und uns was Neues überlegen. Ähm. Lebano, siehst du, auf 12 Uhr die Telefonzelle, da müsste einer rauskommen, wenn der kommt. Ja, die sehe ich. Da ist quasi an der Wand, da geht's die Straße runter. Einfach da draufhalten und wir warten nochmal ab. Oh. Das ist der Schirm, der uns gesehen hat. Der schießt jetzt blind. Das ist aber gut. Vielleicht kommt der uns jagen, dann können wir außen rum. Ah, der ist... Der ist relativ dicht. Der Schuss kam von nah. Nee, der sieht uns nicht. Das ist blind. Der kann uns mal. Nein, ich hab die Gaswolke gesehen. Achso, ne, der steht... Der steht auch auf der anderen Seite des Feldes. 12 Uhr hast einen Treffer eingeschlagen, hinter den Büschen. Ich höre ihn. Mach mal einen Motor aus. Wir... Wir können ihn nicht erreichen. Das ist der Cromwell, der da fährt. Der kommt. Links auf 11. Wir warten einfach. Der wird gleich kommen. Wenn der jetzt auf der Straße durchzieht, fahren wir links auf 11. Jetzt schießen wir erstmal und fahren dann links aufs Gelände. Der ist jetzt an der Scheune hier, ungefähr. Der kommt. Mach mal den Motor aus. Mach ihn einfach an, soweit wir ihn sehen. Der hat Bock auf uns. Dann soll er uns auch kriegen. Das ist ein Cromwell. Schieß ruhig. Schön. Weiterschießen. Weiterschießen. Lass dich nicht beirren. Motor wieder an. Treffer. Schön. Hinten rein. Hinten ins Deck. Da ist der Motor und die Schwachstelle. Der weiß gar nicht, was jetzt passiert. Schön. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Vielleicht fängt er an zu brennen. Haha. Der weiß gar nicht, was er tut. Schön. Okay. Jetzt aufs Feld durch die Lücke. Wie gesagt. Und wir gucken mal. Links aufs Feld. Genau. Wir holen uns jetzt den Sherm ab, der hier irgendwo seine Kreise legt. Fahr frontal geradeaus durch die Hecke hier voraus. Links der Häuser vorbei. Kommt mir nicht durch. Doch. Vollgas schon. Okay. Auf 11 Uhr dann lenken. Und jetzt hier hoch. Wir haben hier. Schirm 75. In den Stern. Schön in den Stern. Seidig. Schön. Jetzt vorne links. Unten links in die Wanne. Unten links wo das im Haus guckt. Genau. Jetzt wieder seitlich in den Stern bitte. Unter den Turm. Jawoll. Schön gemacht. Was für dummer Fahrer, Alter. Vollidiot. Links an dem Sherm 75 vorbei. Kölzer schräg auf 11 Uhr ins Gelände. Gute Arbeit Männer. A.P.C. Jetzt. Da steht doch was auf 12 Uhr. Was ist das? Ähm. Oh ja. Da rauf sollte. Also als Stackhaut, meine Freunde. Hier mal halten. Ist das noch ein Firefly. Ganze halten. In den Arsch. Einfach hinten in den Arsch. Ja. Gute Arbeit. So wird's gemacht. Ab zur Repair Station Munition holen. Ha. Leider doch noch die Brüder raus, oder? Ja. Ich nehme an, das hat... Oh, links ist ein Panzer. 10 Uhr. Schirm. Schirm. Vorsicht. Jetzt langsam. Rüber. Oh Gott. Das ist aber gefährlich. Vielleicht auch lieber zurücksetzen. Ähm. Fahr mal rechts bitte. An die Senke. Weil dieser Schirm steht mit dem Arsch zu uns. Das ist eine Einladung. Sondergleichen. Da stehen zwei Schirms, aber wenn man... Es war mal in der Richtung. Immer halt. Panzer halt. Es steht direkt voraus. Nein, das ist der... Hier. Rechts auf 12 Uhr direkt. Steht ein Schirm mit dem Arsch zu uns. Bitte schieß ihm in den Arsch. Äh, ja. Ende der Durchsage. Schön. Einfach weitermachen. Schön in den Arsch. Das ist die Schwachstelle. Das war's. Gut. Dann fahren wir jetzt eins weiter. Hier links raus. Da stand ein Schirm 75 auf die Stelle. Gut gesehen. Den werden wir jetzt noch, äh, uns holen. Panzer halt. Da steht er. Direkt rechts. Bitte in den Stern schießen. Unten links. Na? Unter den Stern rein. Bisschen höher und weiter links. Aber sonst spot on. Der sucht uns. Er hat keinen Fall. Oh, abgeprallt. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer. Er zu kurz geschossen. Kein Problem. Das ist ein Idiot. Perfekt. Irgendwann ist es gestorben. Boah. Okay. Dran vorbei. Wir fahren zu Firefly leicht. Hinten auf dem Feld war noch ein Schirm. Was? Zwei Schuss. 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 Zwei Schuss.